Monatelang kaum Regen und dann schüttet es über dem Münchner Messegelände wie aus Kübeln. Ausgerechnet als Schlagerstar Helene Fischer am Samstagabend zum spektakulären Open-Air lädt. 130.000 Fans trotzen dem miesen Wetter und lassen sich die Laune nicht verderben. Als die Sängerin auf der riesigen Bühne auftaucht, ist der Jubel groß und sogar die Sonne zeigt sich noch für einen Augenblick. Ich habe gedacht, mein Herz springt in tausend Teile, sagt Helene Fischer angesichts der Menschenmasse. Das ist das, was ich so lange vermisst habe. Es ist nämlich der erste große Live-Auftritt der 38-Jährigen nach einer Pause. Nach der überraschenden Anmoderation durch ihren früheren Lebensgefährten und Schlagerstar Florian Silbereisen heizt die Sängerin kräftig ein. Los geht es mit Songs wie Genau dieses Gefühl, Liebesdein Tanz und Fehlerfrei. Obwohl sie nichts mehr gewohnt ist, wie sie zwischendurch schwer schnaufen zagt, an Seilen schwebt sie in mehreren Metern Höhe über dem Publikum. Mehrmals wechselt sie ihr Outfit vom geschnürten Franzengleid zum schwarzen Body mit schwarzer Hose bis zum hautengen Anzug. Helene Fischer polarisiert wie wohl nur wenige Künstler hierzulande, aber ganz gleich, ob man ihre Musik nun mag oder unerträglich findet. Ein Phänomen ist die Sängerin allemal und sie bringt zudem Menschen aus allen Altersgruppen zusammen.